Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Eye und wir sind immer noch in der Bash Instanz, wo der Dylan, also Tüllen, hier rumtüttelt und uns weghaut. Wir haben in der letzten Folge noch schnell den Boss gelegt, der vergleichsweise einfacher war im Vergleich zu dem anderen, den wir vorhin davor hatten. So, ich denke mal, jetzt geht es weiter. Wir sind übrigens, ich bin ungefähr bei 50%. Ah, du bist bei 50%, okay. So, nur falls es dich interessiert von Dings her. Ja, ja, das ist... Der DÜ will mich ja hier mal ein bisschen leveln, deswegen sind wir ja da. Und ich will ab und zu auch mal mein Inventar ein bisschen leer kriegen, deswegen schlucke ich ab und zu mal was. So, zack. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Grabsteine mitnehmen, nicht allzu viele. Wir hatten übrigens ein paar Bosse jetzt links und rechts immer ausgelassen. Hier kommt dann auch gleich noch einer, das zeige ich auf jeden Fall noch, weil sie zu schwer sind und halt eigentlich auch nichts geben. Na gut, wenn du es sagst. Hier ist der Grabstein. Ja, ja, ich habe erst mal gelootet. Okay. Das ist kein gültiges Ziel. Genau. Okay, oh, hier haben wir noch ein paar Schleimchen. Ich habe nur mal tot gemacht. Ja, ja, mach mal. Mach mal. Wie viel Prozent hat das Ganze jetzt eigentlich gegeben bisher? 25 oder? Ähm, ja, ungefähr 25 Prozent, genau. Etwas mehr vielleicht. Okay. Flumm, tot. Das ist ja doch auf jeden Fall ein bisschen weniger, wie ich ja gedacht habe. Ja, wenn du mal denkst, kommt wieder sowas bei raus. Ja, das ist kein gültiges Ziel. Aber naja. Muss ja gemacht werden, ne? Von alleine kommst du ja nicht hoch. Nö. Man braucht immer was dazu. Blocken. Ah, kann ich elendern lassen, was ist. Bing. So, dann nehmen wir uns mal noch den hier vor. Dann nehmen wir keine Skills. Das ist das falsche Ziel. Dylan pisst. Dylan pisst. Hier kannst du wieder alles looten. Ja, ja, ich mach schon. Ich mach schon. Ein besonders großer, ne? Accessoire, Veredelung, Stein. Das weg. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Lalalala. Okay. So, wie sieht's hier aus? Dann kann man ja mal Lebenstausch machen. Wegen des Feuers. Beschwörer oder höher. Hier ist zum Beispiel so ein Boss. Warte, 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 ich bin gleich da. Ja, schimmer. Wir können erstmal noch den, sowieso noch den Grabstein hier wieder machen. Ja, gute Idee. Ach, komm, ja. Bäm, bäm, bäm. Peng. Und bumm. Dein Leben, willst du jetzt regenerieren? Bitte? Deine HP? Jaja. Doch, doch. Mach ich gleich mal. Deine Health Points. Also, nee, nee, also kannst du nochmal mitkommen jetzt hier in der Runde. Na gut. Ich mach das bei den Monstern, mach ich das gleich. Okay. Hier unten, hier unten steht noch was. So, ist er wieder, schon wieder voll. Na siehst du, hast da gehölt. Du hast gehölt. Du hast gehölt. Gib's zu, du hattest ein bisschen Angst um mich. Nein. Doch. Ich hätte nie Angst um dich haben. Nein, wirklich. Ich hätte nur Angst, dass du überlebst. Na. So, hier ist wieder ein Grabstein. Ja, lass mich mal. In aller Ruhe. Ja, erstmal sammeln. Okay. Das haben wir auch fertig. So, dann. Eidolon. Dann haben wir hier Geist. Unterwerft euch Lord Diamant. Oh, Diamanthalskette des alten Geistes. Ein Setteil, wie's aussieht. Was ist was Besonderes? Hm? Ist das was Besonderes? Sieht aus wie ein Setteil. Diamant-Set des alten Geistes. Echt? Hm. Post mal rein. Äh, andersrum. Achso. Ne, die hab ich an. Ich bin blöd. Ja, ich, 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 äh, die hab ich schon an, die Setteil, äh, da denkst. Hahaha. Hahaha. Verwechselt. Hahaha. Höhö. Du bist so schlau. Naja, das passiert mir aber heute, äh, bei Iron irgendwie häufig. Muss ich, muss ich dazu geben. Da weiß ich manchmal nie, was hab ich denn jetzt angelegt und was, äh, was ist das, was ich habe. Irgendwie manchmal ein bisschen verwirrend hier. Steht ja aber eigentlich drüber, ne? Ja. Man muss nur eben lesen, ne? Genau. Da hört's ja auch schon manchmal auf. Lesen, was ist das schon? Wer kann das schon lesen heutzutage? Hat das überhaupt erfunden? Die können gleich weg. So. Okay. Okay. Und nun? Und nun? Sind wir schon da? Warum hab ich eigentlich so viele, so viele Schriftrollen des Laufens? Das ist nicht mehr feierlich. Tja, hast du wohl irgendwann mal was bekommen halt, ne? Ja, scheinbar. Hier kann doch kein Mensch rennen. Peng! So, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das jetzt bei den Graubsteinen aussah. Hatten wir da schon irgendwie mal was? Stimmt hier irgendwo was? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Peng, peng, und pum, und puff, und alles doof. So. Okay. Und hier noch was? Ah, hier ist noch was drin gewesen. Oder? Ne, hier ist doch schon alles raus. Ist schon okay. Gut. Na, dann ist ja gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Graubsteine wir benötigen. Ich hab ja da jetzt nicht so drauf geachtet. Weil eigentlich müsste dann irgendwann mal ne Meldung kommen, ja, die X-Ozylon ist erschienen. Hm? Aber, ähm, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt alle Graubsteine mitgenommen haben. Eigentlich müssen wir jetzt schon an dem Punkt sein, wo sie schon lange erschienen ist. Aber kann natürlich sein, dass sie schon lange erschienen ist und wir das gar nicht mitbekommen haben. Weil wir wieder überquatscht haben. Ja, das muss ich erzählen. Ja, schnell. Was will man machen? Fall um. Jo, fall um, bitte. So. Zack. Möchten marschieren. Möchten marschieren. Lalalala. Kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Ich reite ein Katscha immer. Der Miner? Ja, ich möchte marschieren. Ich möchte marschieren. Kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Aber ich kann dich auch nicht entscheiden, der Typ. Na toll. Du, Graubstein? Oder willst du den nicht mehr mitnehmen? Ach so. Ja, ja. Mach nochmal. Nee, stimmt. Genau. So. Ja, ist alarmiert immer noch. Gut, kann natürlich sein, dass die schon da ist. Das war sowieso der letzte Raum gewesen. Wir gehen einfach mal gucken, ob sie da ist oder nicht. Lalalala. Lalalala. So, gehen wir mal gucken. Wir gehen mal gucken. Dort, wo wir schon mal gewesen sind, müsste die dann erschienen sein, aber ich gehe schon fast davon aus, dass sie schon erschienen ist. Weil sie erschienen sein sollte, wie sie erschienen ist. Genau. Und, ist sie da? Oh, sieht schlecht aus. Oh je. Nee, doch. Doch. Gut. Ist da. Hast du den Klick gerade. Jetzt hätte ich mich meckern müssen. Ja, genau. Okay, so, halte ich wieder mal voll, bitte. Und dann ist das hier der nächste Boss. Jetzt kommen übrigens, die nächsten Minuten kommen wir auf jeden Fall öfter bossen. Okay. So, noch hier nochmal ein bisschen voll heilen. Ja, ja. Warten wir mal noch ein paar Sekündchen und dann geht es gleich los. Okay. So, wie gesagt, die Legion ist auch schon ein bisschen älter hier. Mhm. Die Legion? Ja, ja, hier die Legion, hier meine ich ja. Oh, nur noch 22 Mitglieder. Ganz schön zusammengeschrumpft. Hihi. Ja. Ist ja schon lange nicht mehr aktiv gewesen. So ist es. Also so richtig aktiv. Ja. Ein bisschen gespielt, wie gesagt, in letzter Zeit, aber nicht allzu viel. Okay, gut, wir können starten. Nudon. Ich fange auch direkt an. Genau, hau du zuerst drauf. Ich hau als zweites. Lelelelela. Ja, was sieht gut los? Silencio. So, und zack. Joa, sieht auch an sich ganz gut aus. Ja, ich bin auch, ich bin auch befrieden. Ich hab noch meinen, einen Skill. Maturan. Einen Lebensskill, das ist okay. So, jetzt hab ich den, jetzt hab ich den raus. Jetzt hab ich wieder volles Leben. Das ist okay. Okay. Ja, meistens ist sowieso der erste Boss immer sehr, sehr stark gewesen. Mhm. Und hätte eigentlich gedacht, dass ich das doch etwas einfacher schaffe. Deswegen sind wir da noch ein bisschen. Oder ich bin da verreckt. Naja, passiert. Tschüssi. Konnte ich beides aufsammeln, jawohl. Béchomir, jeder, äh, Lederhandschuhe, Jäger. Und Béchomir, die Lederhandschuhe. War halt blau. Ja, die Lederhandschuhe, die Goldene, die sind vielleicht auch nicht so schlecht. Aber ich glaub, die muss erstmal noch, ähm, äh, anders machen, glaub ich. Ah, ne, ist Jäger, ist das. Eine Identifizierung ist im Kampfmodus nicht möglich. Ja, ich kann's auch nicht anziehen. Ne, das ist sowieso, das ist sowieso nur Jäger. Das kannst du eh nicht anziehen. Das ist, das Goldene Zeug ist jetzt hier klassengebunden. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie, ob sie das eingepatcht hatten hier in die Instanz mit den neuen Klassen. Weil die Instanz ist ja älter als die Klassen. Mhm, na gut. Okay. Gut. Kommen wir auf jeden Fall nochmal ein Stück weiter. Ich glaub, einen Boss schaffen wir noch in dieser Folge. Bestimmt. Der ist nämlich gar nicht so weit weg. Zack. So. Genau. Das ist das falsche Ziel. Jetzt kommt hier von links und rechts kommen hier irgendwelche Monster eigentlich gleich. Ja, die denken alle, da ja. Also nicht alle. Aber, also gerade im normalen Mod kommen nicht alle. Sonst kommen schon mehr. Schauen wir mal, wie viele jetzt hier kommen. Mal schauen. Im Normalfall kommen wir im normalen Mod zwischen zwei und drei. Ah, können wir das schaffen? So, zack. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir gehen nochmal kurz zum Boss hin. Mhm. So, ich denke, wir werden den Boss auf jeden Fall noch in der Folge machen. Die Zeit haben wir noch. Na gut. Da kommt nochmal, da kommt nochmal welche. Ui, die hauen ja mich. Hört mal, haut mal wie und anders hier, Leute. Hallo. Uuuuh. Oh. Da ist der Black tot. Okay, dann schaffen wir den Boss auch nicht mehr in diese Folge. Ja, der hat aber auch kräftig rumgehauen. Wir haben uns hier schon mal. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin habe ich mich vielleicht wieder hier vorgekämpft. Bis denn. Tschüss. Tschüss.